Die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X könnten später kommen, Steam feiert einen neuen Spieler-Rekord und die News entstehen diese Woche aus dem Homeoffice. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier, trage untenrum nur eine Jogginghose und das und mehr gibt's jetzt in den News. Die Veröffentlichung der beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X könnte sich verzögern. Das berichtet das Magazin Forbes und beruft sich dabei auf einen aktuellen Bericht der Marktanalysten von DFC Intelligence. So würde die weltweite Situation um den Coronavirus dazu führen, dass nicht nur der Release von einer, sondern vielleicht auch von beiden Konsolen nicht mehr zum Weihnachtsgeschäft 2020 erfolgen könne. Momentan herrscht eine große Unsicherheit im Markt, was dazu führt, dass zum einen die Produktionskosten für die Hersteller enorm ansteigen könnten und selbst wenn man den Weihnachtstermin hält, dann möglicherweise nur geringe Stückzahlen der Konsolen verfügbar sind. Das bestätigen übrigens auch die Analysten von Niko Partners. Offiziell sollen PlayStation 5 und Xbox Series X im Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen, einen genauen Tag haben beide Hersteller noch nicht genannt und es gibt momentan auch keine offizielle Stellungnahme zu irgendeiner Verschiebung. Steam feiert einen neuen Spieler-Rekord. Denn dadurch, dass durch das Coronavirus viele Leute zu Hause bleiben, hat sich das auch auf die Steam-Nutzerzahlen niedergeschlagen. 20 Millionen Spieler gleichzeitig auf Steam, so viele hat es noch nie gegeben und davon sind 6 Millionen auch gleichzeitig in einem Spiel gewesen. Gute Zahlen also für Steam insgesamt, aber noch bessere Zahlen für Counter-Strike Global Offensive. Das schafft nämlich erstmals über eine Million Spieler gleichzeitig und ist damit erst das dritte Spiel, dass das nach Dota 2 und PUBG auf Steam überhaupt geschafft hat. Der Entwickler 343 Industries kündigt für die Halo Master Chief Collection neue Test-Flights an. Das bedeutet konkret, dass Ende März Halo 2 und Halo 2 Anniversary erstmals in der Master Chief Collection auf dem PC spielbar sein werden. Außerdem soll es dann auch erstmals den Forge und den Theater-Modus aus Halo Reach für PC-Spieler geben. Teilnehmen können daran momentan nur Mitglieder des Halo Insider-Programms. Bisher sind aus der Halo Master Chief Collection für PC nur die beiden Spiele Halo Reach und Halo 1 Anniversary veröffentlicht worden. Der Rest der Reihe soll im weiteren Verlauf des Jahres folgen. Letzte Woche hatten wir schon davon berichtet, dass Control in Kürze seinen ersten DLC The Foundation bekommen soll. Damals wussten wir schon, es erscheint am 26. März. Wie sich jetzt aber herausgestellt hat, nicht auf allen Plattformen gleichzeitig. Denn am 26. März erscheint The Foundation nur für die PC-Version im Epic Store und für Playstation 4. Für Xbox One soll The Foundation erst drei Monate später am 25. Juni erscheinen. The Foundation setzt die Story des Hauptspiels fort, in der Jessie Faden die verschwundene Helen Marshall in bisher geheimen Bereichen des Oldest House suchen muss. Auch in Japan bleiben die Schulen in den nächsten Wochen wegen des Coronavirus geschlossen. Und das fällt in Japan genau in den Zeitraum des Schuljahresendes und damit auch der Abschlussfeier. Dementsprechend wurden auch alle Abschlussfeier-Events abgesagt und das fanden einige Grundschüler ziemlich blöd. Die haben sich aber hingesetzt und ihre Abschlussfeier einfach in Minecraft nachgebaut und tatsächlich diesen Event dann auch online mit ihren Mitschülern gefeiert. Die Bilder und Videos von der Veranstaltung haben sehr viel Zuspruch bekommen, vor allem die Kreativität. Der Schüler wird da gelobt, denn das Ganze ist nicht offiziell von der Schule veranstaltet worden, sondern die Kids haben sich das einfach selbst ausgedacht. Jetzt noch eine Meldung in eigener Sache, denn die News und viele andere Videos entstehen bei uns diese Woche im Homeoffice. Und ich möchte euch dazu einladen, das Gleiche zu tun, also zu Hause zu bleiben, sofern eure familiäre und berufliche Situation das natürlich erlaubt. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Holt euch eure Gesundheitstipps nicht von irgendwelchen Spiele-Heinis von YouTube. Aber ich möchte nur das wiederholen, was zahlreiche Experten schon gesagt haben. Zu Hause bleiben hilft wirklich, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Und das ist zwingend notwendig, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten, um vor allem die Leben von Leuten in Risikogruppen zu retten. Deshalb macht mit, bleibt zu Hause, spielt ein paar mehr Videospiele und spielt vielleicht mit euren Freunden im Multiplayer was, um im Kontakt zu bleiben. Oder führt vielleicht Leute, die bisher noch gar keine Spiele gespielt haben, mal daran, auch bei einem Multiplayer-Spiel mitzumachen. Vielleicht finden die dann auch ein neues Hobby. Es ist Montag, das heißt, es ist Zeit für neue Releases der Woche. Den Anfang macht diese Woche Panzer Corps 2. Das erscheint am 19. März, dem Donnerstag, für den PC. Am Freitag kommt dann Animal Crossing New Horizons auf die Switch. Und am gleichen Tag kommt auch das Spiel von Isabels bestem Freund, dem Doom Slayer, nämlich Doom Eternal. Das erscheint ebenfalls am 20. März für PC, PS4, Xbox One und Stadia. Am gleichen Tag erscheint außerdem der Doom-Klassiker Doom 64 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Zu guter Letzt erscheint ebenfalls am 20. März die Unreal Sandbox, also so eine Art Spiele-Baukasten in der Tradition von Dreams oder eben Garry's Mod, in der ihr euch mit der Unreal Engine eigene Spiele machen könnt. Das war's für heute mit den News. Denkt in diesen Zeiten dran, vielleicht weniger Hände und vielmehr Abo-Knöpfe und Glocken zu drücken. Und zu Hause zu bleiben und Videos zu gucken wie unsere. Zum Beispiel das Video hier, in der euch Natascha die Begleiter in Videospielen zeigt, die uns sehr ans Herz gewachsen sind. Oder ihr habt alle Trailer der letzten Woche verpasst, dann guckt die Trailer-Rotation, in der wir euch zeigen, was die coolsten Videos der vergangenen Woche waren. Morgen gibt's die nächste Ausgabe der News. Bis dahin zu Hause bleiben und weiterspielen.